Wie heißt du? Mein Name ist Karim. Wie alt bist du? Ich bin 14 Jahre alt. Welche Schule besuchst du? Ich besuche derzeit die Realschule Burgstraße in Celle. In welche Klasse gehst du? Ich gehe in die 9D. Warum hast du diesen WPK gewählt? Ich gehe in diesen WPK, weil Herr König gemeint, dass dieser WPK etwas anderes als die anderen ist. Welches sind deine Lieblingsfächer? Meine Lieblingsfächer sind Sport und Informatik. Deine Lieblings-Internet-Seiten? Meine Lieblings-Internet-Seiten sind Wikipedia, weil ich dort meistens die Sachen für die Schule aussuche. Dein Lieblings-Essen? Mein Lieblings-Essen ist Döner mit alles rum und dran. Was für Interessen hast du? Meine Interessen sind Fußballspielen, PC und Freunde treffen. Dein Lieblings-Urlaubsort? Mein Lieblings-Urlaubsort ist Tunesien. Und mir ist Kaischeiße.